In der ganzen Rammstein-Debatte gibt es ja immer wieder einen Punkt, der von der Gegenseite sehr, sehr oft wiederholt wird, auch wenn er saudumm ist. Der geht irgendwie so, warum sollten die Frauen denn lügen? Tja, warum sollten die Frauen denn lügen? Das kann man natürlich sich überlegen, aber ein Grund könnte sein, weil es Menschen sind und Menschen lügen. Dass Frauen gerade was das Thema Vergewaltigung angeht, sehr oft lügen, das beweist jetzt wieder ein Artikel aus der Tagesschau, ja, ihr habt richtig gehört, Tagesschau. Selbst die berichtet von solchen Sachen und den habe ich von euch auf Instagram bekommen und den wollte ich euch nicht vorenthalten. Viel Spaß dabei. Baden-Württemberg, Vergewaltigung auf der Königsstraße Stuttgart, Tat ist erfunden. Ups, upsie, vom 7.8. Die Vergewaltigung einer 27-Jährigen auf der Königsstraße Stuttgart vor etwa mehr als einer Woche soll sich die Frau ausgedacht haben. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat eine 27 Jahre alte Frau sich ihre Vergewaltigung am frühen Morgen des 29. Juli im Bereich der Königsstraße in Stuttgart ausgedacht. Eine 27-jährige Frau hatte bei der Polizei angezeigt, dass drei Männer sie angesprochen und festgehalten hätten. Einer der Männer habe die Frau dann vergewaltigt. Bei der Polizei hatte die Frau angegeben, dass einer von ihnen einen auffälligen großen Leberfleck im Gesicht hätte. Bei der Ermittlung ergaben sich aber ungereimt halten. Ungereimtheiten bei der zweiten Vernehmung. Während einer weiteren Vernehmung habe die 27-Jährige dann selbst gestanden, dass sie sich die Vergewaltigung nur ausgedacht habe. So ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Über die genauen Hintergründe gibt es noch keine Information. Der Fall hatte Diskussionen über die Sicherheit in den Stuttgarter Innenstädten ausgelöst. Ja, so wie die Diskussion über die Sicherheit auf den Rammstein-Konzerten. Die 27-Jährige erwartete nun eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat. Dafür kann eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Monat bis höchstens drei Jahre oder eine Geldstrafe verhängt werden. Liebe Leute, lasst mich wieder Nostradamus spielen. Diese Frau wird dafür nicht ins Gefängnis kommen. Die kriegt ein bisschen einen Schlag auf die Hand und dann so du, 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 nicht nochmal machen. Und dann geht sie wieder als freier Bürger los. Das kann ich euch sagen, weil da haben auch die... Jo, mein lieber, kurz in eigener Sache. Wenn du noch nicht den Erfolg, das Charisma und das Selbstbewusstsein hast im Umgang mit Frauen, das du dir gerne wünschen würdest, dann tu dir doch den Gefallen und klick hier unten kurz auf den Link und informiere dich über meine Coaching-Programme. Alles klar, weiter im Video. Die Polizei und so viel zu viel Angst vor dem Shitstorm der linken Bubble, dass sie da irgendwie die Frau wirklich bestrafen würden. Ähnlicher Fall einer vorgetäuschten Straftat bereits im Juni. Bereits im Juni hat es einen ähnlichen Fall gegeben. Hier hatte eine 17 Jahre alte Jugendliche eine mutmaßliche Vergewaltigung in Stuttgart-Feuerbach bei der Polizei angezeigt. Auch hier hatten die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben, dass die Tat frei erfunden war. Ja, Hashtag Believe All Women, meine Lieben. Oder wollen wir es doch einfach so machen, wie es in unserem Rechtssystem eigentlich schon immer galt für Männer wie Frauen, dass ein Fall untersucht wird und bis der bewiesen ist, man davon ausgeht, dass er nicht stattgefunden hat. Und das wäre doch mal was, liebe Feministen, oder? Hashtag Believe All Women. Tja, einer der vielen, vielen Fälle, wo Frauen in diesen Fällen lügen. Und das ist jetzt nicht irgendwie Ehrers gegen Frauen. Männer lügen genauso. Die lügen dann mal eher bei anderen Straftaten. Aber da behauptet ja auch keiner Hashtag Believe All Men. Jedenfalls habe ich das noch nie gehört in dem Ding. Deswegen stelle ich das hier auch so in den Vordergrund. Also, liebe Leute, und an ihr nicht vergessen und küsst mir die Glocken. Bis zum nächsten Mal. Euer Maximilian.